Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüsse Sie aus aktuellem, beunruhigendem Anlass zu einer Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und trotz allem zuversichtlich am Samstag, dem 24. Juni 2023. Wenigstens haben wir dieses sommerliche, herrliche Panorama im Hintergrund. Es hilft uns vielleicht mit dem nötigen realistischen Gelassenheitsblick in den Abgrund der jüngsten Verwerfungen und Entwicklungen des Kriegs in der Ukraine hinabzuschauen. Die Übersicht ist schwer zu gewinnen. Wir beobachten eine Ausweitung des Ukraine-Kriegs auf russisches Territorium mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Wohin das Ganze führen wird, das wissen wir nicht. Ich versuche hier nach bestem Wissen und Gewissen die Fakten festzuhalten und auch meine persönlichen Eindrücke zu schildern. Es scheint, dass es sich um eine Art Putsch, jedenfalls um eine Meinungsverschiedenheit, eine Konfrontation, um einen Machtkampf der Söldner-Gruppe Wagner mit dem Kreml handelt. Evgeny Brigoschin, der Chef der Wagner-Gruppe, war einst Putins Koch, Putins Caterer. Er hat sich sozusagen von einem Sandwich-Dienst zu einem Militärunternehmer hochgearbeitet. Und was die Machttheorien in allen Zeiten der Geschichte gesagt haben, bei Söldner-Truppen muss man aufpassen. Söldner-Truppen kämpfen für Geld und die sind nur bedingt loyal zu denen, die glauben, sie seien ihnen gegenüber loyal. Also ein heftiger Machtkampf. Söldner sind unter Evgeny Brigoschin auf russisches Territorium einmarschiert, Rostov, Andon und Voronezh. Die Begründung lautet Friendly Fire, Beschiessung der Wagner-Truppe durch reguläre russische Artillerie. Und jetzt geht es darum, die Gerechtigkeit in Russland wieder herzustellen. Sicher sind die Wagner-Krieger seit Längerem mit der russischen Führung und der russischen Armee unzufrieden. Jetzt wird Brigoschin eine Anstiftung zum Bürgerkrieg vorgeworfen. Die Wagner-Leute sind aufgefordert, ihren Anführer zu verhaften. Klar ist, Putin hat sich in einer Kurzansprache im Fernsehen an die Bevölkerung gewandt. Moskau soll sich auf Anti-Terror-Massnahmen vorbereiten. Möglicherweise ist Brigoschin, auch wenn er seine Kritik ausdrücklich gegen die Armee und nicht gegen Putin richtet, zu weit gegangen, obwohl er sich in der Vergangenheit schon sehr viel hat herausnehmen können. Erstaunlich viel. Es fällt auf, dass der Westen sich jetzt die Hände reibt. Dass Schadenfreude sich breitmacht im Stil, das ist die Chance für die Ukraine, Putins Thron wackelt. Das, meine Damen und Herren, erachte ich als gefährlich, denn der Westen kann sich eigentlich nur wünschen, dass Putin die Situation rasch wieder stabilisiert. Wenn andere an die russischen Raketensilos kommen, wenn Moskaus Zentralmacht zerfällt, wenn Warlords die Macht ergreifen, dann Gnade Gott für den Westen, Gnade Gott für die internationalen Märkte und die Aktienkurse, übrigens auch unsere Pensionskassen und so weiter. Die entscheidenden Fragen lauten, wie ernst ist dieser Aufstand? Was heisst er für den Frontverlauf in der Ukraine? Kommt jetzt die ukrainische Offensive nach enttäuschendem Beginn in die Gänge? Was tun die Russen, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals steht? Hat für sie der Krieg überhaupt schon begonnen? Und die Ansprache Putins ist interessant. Er sagt, es gehe um den Angriff des Westens und interner Aufrührer auf Russland und dessen Volk. Er erinnert an 1917, als Russland der Sieg im Ersten Weltkrieg durch einen Separatfrieden gestohlen worden sei und Putin appelliert an Patriotismus und Einheit anstatt an Spaltung und Aufruhr. Bilder von brennenden Tanklagern, Vorgänge um Voronezh. Eindeutig scheint, dass die Russen den Vormarsch der Söldner so stoppen wollen. Es sind wohl kaum russische Städte, die von Russen in Schutt und Asche gelegt werden, wie jetzt etwa eine Bild-Zeitung behauptet. Es stellen sich viel mehr Fragen als Antworten möglich sind. Wird sich die russische Bevölkerung gegen Putin stellen, wie viele Kurzsichtige im Westen wünschen? Was tut US-Präsident Biden, hinter dem Antony Blinken und Viktoria Newland stehen, deren Vorfahren aus der Ukraine stammen? Auch die Äusserungen des britischen Premiers Rishi Sunak zu den Vorgängen zeugen von wenig staatsmännischer Weitsicht. US- und britische Militärberater wirken längst in der Ukraine. Was tun die Oligarchen? Verlassen sie Russland oder stürzen sie gar Putin? Es stellen sich Fragen über die Rolle Polens, grösste und beste Armee der Europäischen Union. Was passiert in Moldawien und in anderen Randgebieten? Die Situation ist explosiv, sie ist instabil und wir warnen davor, jetzt in frühzeitigen Triumphalismus auszubrechen. Es ist nicht im Interesse des Westens, nicht im Interesse Europas und nicht im Interesse der Welt, wenn hier eine Implosion im Kreml stattfindet, ein unkontrollierter Zusammenbruch der Macht mit allen unabsehbaren Konsequenzen, der ja dann ironischerweise, wenn wir ein Szenario durchdeklinieren, dazu führen könnte, dass der Versuch der Amerikaner, China einzudämmen durch einen Angriff bzw. durch die Konfrontation auch mit Russland, dass die Chinesen geradezu gestärkt werden könnten durch diese innere Zerfallsdynamik der russischen Regierung. Wir bleiben dran, meine Damen und Herren, mit aller Vorsicht.